Trost-News? Trost-News! Ja, es ist 8 nach 7 am Donnerstagmorgen und ich lese gerade ein kurzer Exkurs hier zum Thema Kaffee bei uns. Kaffee verschiebt unsere innere Uhr. Das haben amerikanische Wissenschaftler jetzt festgestellt hier. Und zwar schiebt jede Tasse Kaffee, die man trinkt, die Uhr, die innere, so 40 Minuten zurück. Aufgrund des Koffeins. Ich habe schon wieder so viel Kaffee getrunken. Bei mir ist irgendwie schon Nachmittag. Früher Nachmittag ist bei mir. Oh Gott! Und nur falls das für Sie ein Problem ist, wenn die innere Uhr vorgestellt ist, mit einem doppelten Kognak kann man die auch wieder zurückstellen. Ah, sehr gut. Ja, weiß nicht, ob das beruhigend ist oder nicht. Jetzt Lost Frequencies und Reality. Trost-News. Täglich bei Jochen Trost am Morgen und auf Spree-Radio.de.